Hallo, wir möchten euch gerne einen schönen Tanz zeigen, den Regulation Land vom Theo La Tanzio. 64 Counts, 3 Brücken, wir fangen mit dem Haupttanz an. 7, 8, Kickstump, Kickstump, Swivel und Flickstump, Side Behind, Side Scum, Side Behind, Cross Scum, Step Down, Step Down, Step Down, Crossback, Rock. Optige, Crossback, Block C conjunto, sch stuben, Tobe, Kickstum, Kickstump, 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 Kickstuper, Pass нормer,ttee, Beach, Stretch, sell weg,otten Raubendreher, eine andere 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 Vermaschane, Kleingstump, begitu, das steht in der Strategie, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wir zeigen euch jetzt die Brücke 1 mit 16 Counts, 7, 8 Side, Behind, Side, Gang, Side, Behind, Side, Gang, Rock, Kick, Chill, Step, Turn, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt zeigen wir euch die Brücke 3, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, der Ablauf von der Tanzbeschreibung. Haupttanz, Brücke 1. Haupttanz, Brücke 2. Haupttanz, Brücke 1. Haupttanz, Brücke 2. Dann nochmal Haupttanz, Brücke 1. Im Anschluss, Brücke 3. Danach die letzten 32 Counts und Brücke 2. Der Tanz beginnt mit den ersten 32 Counts. Wieder Brücke 2. Und dann ist es Ende im Herbst geschafft. Das ist Ende Pektor. Dann sind es Ende Pektor. Dann sind es Ende Pektor. Dann sind es Ende Pektor. Dann sind Sie in der Altz. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018